Musik Hi, mein Name ist Maren Donner und ich bin Klavierlehrerin an der Musikschule in Monheim am Rhein. Genau dieses Klavier oder genauer diesen Flügel möchte ich euch heute einmal ein bisschen vorstellen. Der klingt nämlich so. Um auf dem Klavier einen Ton zu erzeugen, muss man einfach nur eine Taste drücken. Davon gibt es ziemlich viele. Ich suche mir jetzt eine aus. Und wenn ich die runterdrücke, kommt im Inneren vom Flügel ein Hämmerchen hoch. Das schlägt gegen die langen Seiten, die wir in diesem Flügel sehen können. Die fangen an zu schwingen und so entsteht der Ton. Auf dem Klavier kann ich einzelne Töne spielen. Musik Oder mehrere gleichzeitig. Musik Besonders berühmt ist das Klavier für die Klassik. Und da habe ich euch ein kleines Stückchen von mitgebracht. Musik Mit Klavierspielen kann man es ziemlich gut angeben. Ich habe sogar gehört, dass manche von meinen Schülern sich damit bei den Mädchen beliebt machen. Musik 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 Vielen Dank.